Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ich habe jetzt mal noch schnell in den Spielerrollen eingestellt, dass Hernanes alle Freistöße ausführt und nicht mehr Kandreva. Und ja, ich bin gespannt, ob wir jetzt mal wieder einen Sieg einfahren. Immerhin kein Gegentor beim letzten Spiel. Das ist doch schon mal ganz gut. Rot-Weiß passt. Und als Gegner haben wir, oh mein Gott, vier Informs, falsche Neuen. Das ist doch bestimmt so ein Dribbelverliebter. Portugal auf jeden Fall, portugiesische Liga. Dementsprechend außer den Informs auch einige nicht ganz so gut bewertete Spieler dabei. Ich hoffe einfach mal, dass das ja nicht so ein Dribbelmonster ist. Hoffen wir es einfach. Ansonsten muss ich einfach mal lernen, gegen die anständig zu verteidigen. Ruhig bleiben. Außer am Anfang, wenn ich selber schnell spielen möchte. Dann natürlich nicht. Der Pass kam nicht an. Schade. Ja, es ist wahrscheinlich jemand, der gerne Dribbelt. Und trickst. Nicht aufregen. Er dribbelt und trickst gerne. Das heißt, abwarten, verteidigen. Und nicht zu hektisch sein, weil das spielt ihm natürlich in die Karten. Hier hat er Glück. Zweimal Glück. Hat er eigentlich schon wieder Glück, weil ich dachte, ich stehe genau richtig. Schade. Sehr geil. Wir haben mal ein bisschen Platz, aber Lichtstein ist nicht der Allerschnellste. Die Flanke war nicht so schlecht. Oh, nein. Oh, ich habe mir den Ball ins Ausfuge legt. Fuck. Das war meine Schuld. Eigentlich wollte ich in Richtung halt nach außen den vorlegen. Klären. So, kein dummes Rausspielen und dann wieder irgendwie den Ball beim Gegner zu lassen, sondern einfach rausklären. Oh. So, diesmal nur ein bisschen Zeit zum rausklären. Och, nein. Pass, sollte auch nicht auf Naingolane gehen. Super wenig Platz. Es ist so eng. Total nervige Aufstellung. Guckt euch doch mal an, wo meine Spieler sind und die vom Gegner, also. Spielt sehr offensiv, auf jeden Fall. Die wichtigen Pässe kommen einfach nicht an. Aber bisher verteidigen wir zumindest gut gegen ihn. Das gefällt mir schon mal. Ein Wurf. Ich würde halt gerne mal über die Mitte kommen, aber bisher hatte ich hier wirklich super wenig... Oh, nein! Fuck, wenn der Nannes ja gleich schießt, haben wir eine gute Torchance. Oh, geiler Pass. Das Problem an diesen schwachen Pässen, wenn sie halt dann so komisch kommen, ist, dass der Gegner einfach super viel Zeit hat, um was gegen einen zu machen. Und das ist das Problem. Deswegen, wenn die halt nicht perfekt kommen, hat der Gegner einfach viel mehr Zeit, irgendwelchen Mist zu bauen, der mich stört. Das kommt wieder nicht zum Schuss. Aber Herr Nannes bleibt am Ball. Immerhin die Ecke. So, wir testen einmal normal und gucken, ob er gut kommt. Wenn er gut kommt, lassen wir es. Ansonsten versuche ich dann immer... Ah, der kam nicht so schlecht. Ah, wenn es die Ecke nochmal... Ja. Okay, die Ecke kam nicht so schlecht, die Flanke, deswegen haben wir das wieder so. Vielleicht ein bisschen weiter. Ja, genau. Schade. Da wird schade. Gut gemacht, Kalini. Einfach nur um den Gegner rum und dann ins Außer. Aber das ist wie Claire und das macht nichts. Oh, hier haben wir Glück und es gibt auch nicht noch eine Ecke. Aber mir gefällt zumindest gegen den Triple-Typ meine Verteidigung bisher. Das ist schön. Selbst wenn ich jetzt das Spiel verlieren sollte, bisher gefällt mir meine Verteidigung gut. Ich denke, ich gehe mal auf hohe Druck. Habe ich jetzt hohe Druck schon eingestellt? Noch nicht so geplant, da wollen wir nicht reden. Hier hätte ich den Ball einfach mal rausklären sollen. Ja, denke ich, schlauer gewesen. Komm, wir holen mal eine Stunde aus. So, ruhig bleiben. Es steht 0-0 gegen den Triple-Monster. Was willst du mehr? Verteidigst gut. Gegner hat Torchancen, aber da konntest du relativ wenig dafür. Ecken halt hatten wir auch schon. Ja, soll der rüber auf Lichtsteiner hat natürlich nicht geklappt. Vielen Dank. Hat mal Glück. Das wäre eh abseits gewesen. Komm halt nicht durch. Auch nicht mit hoher Druck, aber was soll ich machen? Also, die Formation vom Gegner, die Aufstellung ist so dicht im Mittelfeld. Hat auch mehr geschossen. Er ist auch besser als ich, klar. Ich weiß nicht so richtig, was ich dagegen machen soll. Meine schnellen Pässe klappen nicht, weil ich komm nicht durch. Ich hab keinen Platz einfach. Stand mal genau richtig. Was hat er jetzt vor? Komm, ich krieg dreimal auf Pause und dann mach ich aus dem 2-0-3-2. What the fuck? Zum Glück ist die Saison vorbei. So, jetzt muss ich mal jetzt mal einen kleinen Konter aufziehen. Wird dann leider geblockt, der Schuss und auch Ich schaff's halt nicht mal irgendwie mit Glück, da selbst der Ball, den, wo Alexandro den besseren Platz hat und ihn abfangen will, der schafft der Gegner noch irgendwie nicht aufregen. Richtig schlechte, schlechter gelupfter Laufpass mal wieder. Also nicht, weil ich ihn schlecht ausgeführt hätte, sondern weil einfach die Engine den halt zu kacke macht, weil er sonst zu overpowered wäre. Reicht, Ecke reicht. So, die Ecken kamen wir eigentlich ganz gut. und fängt er einfach. Vielen Dank. Ja, das ist wohl so ein Spiel, wo ich mich einfach mit einem Unentschieden abfinden muss, wo ich zufrieden sein muss mit einem Unentschieden, wie es aussieht. Ach, Mann, Mann, Mann. Lass uns mal aufpassen. Zum Glück war Andanovic da. Ach, war auch abseits. Alles klar. Genau in den Gegner reingedreht. Ach, du Scheiße. So, denn natürlich eins war davor auf Hernanes. Oh, ich bin so blöd. Es war doch klar, dass ich den nicht im Lauf. was ich nicht... ... ... ... OOOOH! To zeitig gesprungen, glaube ich. Glockenze, aber es war einer, dass ich total schlecht stand. Alter, was ist denn manchmal los mit den Flanken? Das sollte auch nicht auf ihn. Oh, hätte genau gepasst. Gut gehalten von Rovier. Schöne Flanke, aber da stand gar niemand. Foul an Morata. Schöne Druckphase von mir, aber so richtig gefährlich war's dann auch nicht. Außer dieser eine Schuss von Morata und da stand natürlich Rovier genau richtig. Oh, ich hab ja einen Ball. Ich hab ja einen Ball gehabt, fuck! Das hab ich schon immer noch. Ach, mein Gott, was mach ich denn? Ich hatte eigentlich schon auf den Knopf gedrückt, deswegen. Auch das wird wieder geblockt. Nicht auf Khedira. Oh, geil. Oh Gott. Danke für Barsakli, dass er es abseits aufgehoben hat. Ich glaub, hat mich schon Alutracher in dem Spiel? Ich glaub nicht, ne? Aber ich hab ja gesagt, ein Sieg für den Gegner wäre verdient gewesen. Wobei ich jetzt in der zweiten Hälfte, denke ich, deutlich besser gespielt habe. Ach, wie muss ich denn noch auf Kläranträger? Oh, das ist unentschieden, reicht mir jetzt natürlich. Der Typ wollte doch abseits. Wenn ich gewusst hätte, dass Hernanes doch noch an den Ball kommt, hätte ich natürlich nicht schon auf Schießen gedrückt gehabt. Zum Glück zu weit vorgelegt. Naja, also ich bin eigentlich zufrieden damit, dass das ein Unentschieden war, weil das halt wieder so ein Trippler war und ich hab's geschafft, gut gegen ihn zu verteidigen. Das war erst mal das A und O, dass ich nicht nach vorne durchgekommen bin. Ich weiß nicht. Ich denke, das liegt daran, dass seine, das hat er für eine Formation gehabt. Also, wahrscheinlich einfach ist das Mittelfeld zu dicht gewesen, ich weiß es nicht. Es gab für mich fast keine Möglichkeit, hier irgendwie durchzukommen. Aber ich geh mal davon aus, es liegt wirklich an dieser Dreierreihe, die hier mit dem versetzten Sechser noch. Hab's einfach nicht geschafft. Paraden 5 zu 3. Beste Spieler, Kellini. Statistik, was sagt die? Ja, also der Gegner war schon besser, würde ich sagen. Außer der Passgenauigkeit, wie meistens halt. Deswegen, ich bin froh, dass ich hier die Null gehalten habe. Zweites Unentschieden, damit kann ich leben. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes. Und ich hoffe mal, dass Kalou im nächsten Spiel wieder ein bisschen abgeht. Weil der hat sich ja so schlecht angefühlt. Es ist nicht schlimm, dass Passag die verletzt ist, weil wir halt sowieso jetzt mit der Bundesliga spielen werden. Und Kalou, 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 mach mal wieder ein bisschen was. Und fühl dich nicht so träge an, verdammt. Trainier. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxes. Bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö.